Angst ist historisch gesehen die mächtigste Emotion. Und wir haben lediglich einen Weg gefunden, damit Geld zu verdienen. Jetzt wurde auch noch mein Arbeitscomputer gehackt. Wir können ihm nicht trauen. Jemand will mir was anhängen. Da versucht jemand, mich fertig zu machen. Alex, hör dir doch selbst zu, du lügst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017